ja mann und das ist denke ich auch der grund warum der das dann so gemacht hat was ist los diga? guck mal was ich hier leckeres hab was denn? alter... pilze? du weißt doch was das letzte mal passiert ist als ich pilze gegessen hab ja deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen ja aber schön sieht er schon aus dieser pilz